Ich möchte definitiv mein Abitur hier fertig machen und dann gucken wir weiter. Wie bereit war denn jetzt die Brüste? Wie viel Selbstverfahren kommt man jetzt zurück? Was in der Woche? Ja, es war natürlich eine sehr gute Erfahrung. Ich bin unheimlich stolz, dass ich da mitmachen konnte. War auch sehr selbstbewusst. Bin auch hier im Training angekommen und hat sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall mit meinen Jungs hier zu spielen. Und im Spiel hat es mir natürlich geholfen. Kann man Ihnen sagen, dass du schon gesagt hast, Abitur fertig machen? Wie solltest du hier zu Ende spielen? Ja, also ich möchte auf jeden Fall mein Abitur fertig machen und dann gucken wir mal weiter. Heißt aber, wie sollen wir zu Ende spielen? Ich denke schon, ja.